Der König hat mich gerade angerufen! Der König hat mich gerade angerufen! Er hat gesagt, meine Frau hat sie die ganze Nacht gekotzt! Nein, gekotzt hat sie die ganze Nacht gekotzt! Und er wird es machen, weil dieser Dreckswechser, der nicht mal einen Dreckswechser, weil es es nicht schafft, die ganzen Futter zu glauben! Der begann einmal in der Woche Geld! Einmal in der Woche bekommt dieser Geld nicht Geld! Einmal! Und er schafft es nicht, die Kanzler den Ort zu versorgen! Ich hasse ihn! Wegen diesem Dreckske muss ich leiden! Und die Kanzler auch! Ich hasse ihn! Ich brauche Hilfe!